Ja, Hammer. Also ich bin sofort ins Rennen reingekommen. Ich hatte eine tolle Gruppe um mich rum und unheimlich starke Pacemaker. Die sind gerollt wie so ein Uhrwerk und ich habe mich einfach nur reingeklemmt und die letzten zwei Kilometer war ich dann zwar alleine, aber ich habe gesehen, dass die Zeit reicht und das hat so geflügelt und ich bin einfach nur noch gerannt, ins Ziel gerannt und dann diese grandiose Zielgerade aufs Brandenburger Tor zu. Die Leute haben einen eigentlich nur ins Ziel getragen. Es war der Hammer. Also Berlin, danke. Es war grandios.